Die Schweizer sind jetzt verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, für die Abschiebung, wie die Schweizer sagen, für die Ausschaffung eines bosnischen Staatsbürgers, nachdem er kriminell wurde und mit Drogen gehandelt hat. Aber der Europäische Gerichtshof, er sieht hier Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, verletzt und hat die Schweizer verurteilt, einem überführten Drogenkriminellen 25.000 Schweizer Franken zu bezahlen und ihn wieder zurück ins Land zu holen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf und grüße ihn die Schweiz. Ich kann nur alle Schweizer dazu auffordern, sich nicht diesem Druck zu beugen und im Zweifel eben auch auszusteigen aus gewissen Abkommen. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hier ein Urteil gesprochen mit 5 zu 2 Stimmen, das an Absurdität nicht zu überbieten ist. Und zwar wurde im Jahr 2021 ein bosnischer Staatsbürger, ein bosnischer Mann in Zürich wegen des Transportes von Drogen verurteilt. Er wurde danach aus der Schweiz ausgeschafft. Aber es ist jetzt hier nicht genügend Würdigung gegenüber den Umständen des Täters erfolgt, so der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die gegen eine Ausschaffung gesprochen hätten. Da muss ich nochmal daran erinnern, dass wenn fremde Staatsbürger in einem Land zu Gast sind, der Gastgeber jederzeit, wenn man kriminell geworden ist, einem hinauswerfen kann. Selbstverständlich muss das das souveräne Recht eines Staates sein. Und ja, dieses Recht muss auch die Schweiz besitzen. Jetzt wurde am Dienstag, also gestern, das Urteil am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen der Ausweisung dieses Bosnias gesprochen. Die Straßburger Richter sehen hier den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt, dass das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens garantiert. Also das Privat- und Familienlebens des Kriminellen ist höher zu gewichten als das Interesse des Staates, der hier irgendwelche Bürger zu Gast hat. Es geht um Folgendes. Dieser bosnische Mann hat eine Frau und zwei Kinder in der Schweiz. Hier steht alle mit Schweizer Pass, ob das eine Schweizer Frau ist oder ob die Frau auch zugewandert ist und die Kinder nur den Schweizer Pass haben, ist unklar. Aber aufgrund der Tatsache, dass er Familie hat, wäre das jetzt ein größerer Hinderungsgrund, ihn nicht auszuschaffen. Ihr denkt euch jetzt, er ist wegen Drogentransport verurteilt. Dann mal Butter bei der Fische. Was für Drogen? Welche Menge? Zu was ist es hier überhaupt gekommen? Es macht dann nämlich doch einen Unterschied, ob das ist wie in Deutschland. Wegen zwei Joints ist man dann hier inzwischen jetzt nicht mehr, aber lange Zeit war man dann hier direkt Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Mindeststrafe über ein Jahr und so weiter und so fort. In der Schweiz ging es hier um 194 Gramm Kokain. Also harte Drogen, große Menge, großer Wert. Das ist nicht nur eine Bagatelle, aber er ist zur Bewährung verurteilt worden, dieser bosnische Mann in der Schweiz, weil er zuvor noch nicht straffällig in Erscheinung getreten ist. Und genau das ist jetzt hier zum Verhängnis geworden. Die Strafe, sie wäre eine schwache Strafe und die Ausweisung wäre trotzdem erfolgt. Es ist nämlich hier so, dass sie sagen, die Strafe war mild. Zu dieser milden Strafe ist es gekommen, weil er auch noch kooperiert hat, zusätzlich zu der Tatsache, dass er nicht vorbestraft gewesen ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung fiel laut Gericht gering aus und trotzdem wurde er aus der Schweiz verwiesen. Wo ich nur sagen kann, wenn der Gastgeber sagt, du darfst gar nicht straffällig werden, du hast auch nicht einen Fehlversuch, sondern gar keinen, dann kann man dich selbstverständlich rauswerfen. Man wirft den Schweizer Richtern jetzt hier vor, man hat die Ausweisung des Mannes nur forciert und die Familie gar nicht in Betracht gezogen. Zudem wäre jetzt auch noch eine Arbeitsstelle für diesen Bosnier in Aussicht gewesen, wo ich sagen muss, ach so, der war auch noch arbeitslos. Ist ja interessant, hat man dann komplett weggelassen. Das Gericht hat jetzt hier entschieden, 10.000 Euro für immateriellen Schaden hat es dem Kläger zuzustehen, sowie 15.000 Euro für die Kosten und Auslagen. Ebenfalls ist die Ausschaffung illegal gewesen, sozusagen. Wenn die Schweizer das jetzt akzeptieren, haben sie ihm 25.000 Schweizer Franken zu geben, wenn er über die Grenze kommt und er darf jederzeit wieder einreisen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Das ist absolut an Absurdität nicht zu überbieten. Ich könnte ja verstehen, wenn man hier Rechtsschutz hätte, wenn man hier ohne Begründung ausgewiesen wird. Aber nochmal, der Gastgeber schreibt vor, was die Regeln sind. Das Gleiche ist, wenn ihr einen Geburtstag feiert. Also ist okay, ist ein blödes Beispiel, aber ihr sagt den Leuten Schuhe ausziehen oder Schuhe anlassen. Ihr sagt denen, hinsetzen auf der Toilette oder stehen. Ganz einfach. Und im Zweifel werden sie dann nicht wieder eingeladen. Und ja, auch auf Geburtstagsfeiern gibt es Ausschaffungen, sozusagen der schwer Betrunkenen und der schwer Aggressiven. Weil die will man nicht haben. Man möchte die Party zu Ende feiern. So möchten auch die Schweizer ihr Land genießen. Und ich gönne es jedem Schweizer und sage noch einmal Grüezi in die Schweiz. Schön, wenn man sich das dort leisten kann. Immerhin ist es dort noch wesentlich sicherer als bei uns. Auch wenn es dort viele, viele Nachteile auch in Sicherheit gibt. Dort kostet alles dann immer extra Geld. Diese Gerichtsentscheidung ist ein Schlag ins Gesicht von jedem Souverän. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Wenn die Schweizer das sagen oder wenn wir Deutsche sagen, du bist kriminell und raus da vorne ist die Tür. Ja, dann kommen andere immer. Ja, aber Deutsche kann man auch nicht ausweisen. Ja, ist ja auch Deutschland. Ja, inzwischen ist es Absurdistan oder Germanistan. Es ist also Kalifat Köln, ja. Oder Köln sieht aus wie Bagdad. Also ich habe ernsthaft mal nachgeschaut. Es gibt ein Bundeslagebild zu Sprengstoff-Explosionen. Das ist allerdings von 2021. Was Neueres gibt es nicht. Und in dem von 2021 steht dann drin, dass sich die Zahlen der Sprengstoff-Explosionen in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben. Ich rechne fest damit, dass wir aktuell auch eine Verdopplung seit 2021 haben. und mal schauen, ob wir einen Bundestagsabgeordneten finden, der dieser Frage mal etwas nachgeht und der Bundesregierung mal auf die Füße tritt mit dem Hinweis, Paragraf 308 Strafgesetzbuch, Sprengstoff-Explosionen wird extra geführt in der polizeilichen Kriminalstatistik. Das BKA ist damit befasst und damit liegt es bei Nancy Faeser, bei der Bundesinnenministerin. Damit kann sie nicht wieder die Schuld von sich weisen. Aber in Köln vermuten sie sogar, dass es der gleiche Täter ist, der hier zwei Bomben in einer Woche gelegt hat. Das ist völliger Wahnsinn, Leute, ja? Und dann, nee, 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 nee. Nicht aufregen, Blutdruck senken, lieber mal zurückschalten. Das ist ja wirklich völliger Wahnsinn, Leute, ja? Was soll man da noch sagen, ja? Die Schweizer bestehen auf ihr Recht als souveräner Staat und werden dafür verurteilt. Ich bin gespannt, was das jetzt, was das für Konsequenzen haben wird. Ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal oder deabonniere ihn. Die Woche gab es Deabonnenten, weil ich in dem einen Video nicht das wegen dem Vegetariern gesagt habe, sondern weil ich mal wieder was gegen Rentner gesagt habe oder zumindest mal bei Renten zur Disposition gestellt habe, dass wenn sie alle 45 Jahre arbeiten, halt Leute bis 70 arbeiten und andere dann halt nur bis 64, 65. Und, dass ich gesagt habe, Friedrich Merz wird neuer Bundeskanzler, wollen manche Leute nicht hören. Da sage ich immer nur, ich lebe in der Realität. Ich möchte auch nicht unbedingt Herrn Merz als Bundeskanzler haben. Aber was wird uns zur Wahl gestellt am Ende? Habeck, Merz, Scholz, Alice Weidel. Und dann? Da ist keine realistische Mehrheit für eine Alice Weidel. Da gibt es einfach keine. Es passiert ja jetzt nicht mal auf Landesebene. Schauen wir, was am Sonntag passiert in Brandenburg. 40 Prozent, ich glaube nicht daran. Sondern es geht den Leuten einfach noch zu gut. Beziehungsweise sie leben in einer völligen Scheinwelt, in einer Illusion, in der es keine Zunahme von Messerkriminalität gibt. Sagen viele von den Linken wirklich, die sagen, das sind nur die Zahlen, die steigen. Das ist wie Robert Habeck. Aber bevor jetzt der Blutdruck steigt, sage ich, abonniere diesen Kanal, X und Telegram. Ansonsten sage ich, ciao, bis bald. Bis bald.